Hi, Paul Kramer hier vom VideoCheck und herzlich willkommen zu meiner Rezension über ein intelligentes Ladegerät für die Lithium-Ionen-Akkus bzw. für die E-Zigaretten-Akkus. VideoCheck! Warum ich mich dafür entschieden habe, dazu kommen wir gleich erstmal zu dem Preis. Es kostet jetzt 15,99€ und ich habe es bei Amazon gekauft. Wer sich dafür interessieren sollte, ich packe den Link unten in die Infobox mit rein. Und das ist ein Ladegerät, auf jeden Fall wofür ich das nutze, für meine E-Zigaretten. Es gibt natürlich Taschenlampen, da haben wir die fetten Bollys drin und bei mir aber wie gesagt überwiegend für E-Zigaretten. Ich habe hier ein paar billige und ein paar gute Akkus und ich wollte mal kurz vorführen, wie das Ganze funktioniert bzw. gucken wir erstmal, was da alles mit drin ist. Geliefert wird das Ganze von TT Move, ist baugleich mit dem Intel Charger 2, also der neueren Version. Das ist ein Gerät mit LCD-Anzeige, der uns auf jeden Fall davor warnt, Batterien falschrum einzulegen. Wir können damit Lithium-Ionen-Akkus aufladen von 16.340 bis 26.650er, also die gängigen Größen. Und das ist ein intelligentes Ladegerät. Mit einem normalen Ladegerät braucht ihr sowas gar nicht aufladen, denn ein intelligentes Ladegerät ist auf jeden Fall notwendig, dass vor allen Dingen auch die Ladung stoppt, wenn der Akku voll ist. Das Ladegerät solltet ihr natürlich auch erkennen, wenn der Akku falschrum eingelegt ist. Das will ich euch gleich nochmal zeigen, ob es das macht, denn es gibt Ladegeräte, die machen das nicht. So, dann mache ich einmal das Kabel hier ran. So, Strom rein und dann sehen wir, dass einmal alle Lämpchen angehen und der zeigt uns sofort an, dass wir natürlich keinen Akku drin haben. Fangen wir mal an, den Akku falschrum einzulegen. Ich habe jetzt hier so einen billigen Ultrafire-Akku, also bitte nicht wundern. Und dann sehen wir auf jeden Fall sofort, das Gerät zeigt uns Error an. Das heißt, wir müssen es richtig rum einlegen. Einmal das Ganze drehen. Zack. Und das finde ich auf jeden Fall cool, gerade mit dieser Anzeige hier, dass wir da genauere Informationen haben. Wir sehen jetzt hier oben die Spannung in Volt, dann den Ladezustand, also 100% und wie lange das Ganze geladen hat. Und natürlich ist der Akku voll, deswegen hat er jetzt hier keine Ladezeit. So packen wir eine andere Batterie mit rein und wir sehen, das geht sofort los. Wir haben 4,02 Volt und wir haben 86% ist die Batterie gefüllt. Wir sehen auch hier oben schön auf jeden Fall, wie voll die Batterie ist, also nochmal optisch gesehen. Und wir können natürlich den Ladestrom runterstellen bzw. hochstellen von 0,5 auf 1 Ampere. Das geht dann ein bisschen schneller. Ich empfehle allerdings immer, die niedrigere Spannung zu nutzen, denn das schont auf jeden Fall den Akku. Sind die Akkus komplett runter, dann brauchen wir ca. 4 Stunden Ladezeit, bis beide Akkus wieder voll sind. Was ich auf jeden Fall richtig gut finde, dass es ein schönes, ordentlich sauber verarbeitetes Ladegerät ist, das nicht nach Chinamüll stinkt, also nicht nach irgendwelchen Plastik oder Altöl oder sonst was. Und dass wir die Batterien, dass das falschrum erkannt wird, also wenn man die falsch einlegt. Und dass wir auf jeden Fall eine Anzeige haben. Auch sehen, wie lange brauchte der Akku, bis er voll war. Und deswegen gibt es von mir für meine Rezension auf jeden Fall volle Punktzahl. Mir gefällt das Ding richtig gut. Wer sich dafür interessiert und auch so ein Teil haben will, der Link ist unten in der Infobox mit drin. Wer noch ein gutes altes Ladegerät braucht, der kann natürlich gerne bei Ebay gucken. Da liegt das dann drin. Bis dann, euer Paul vom VideoCheck. Ich hoffe, euch hat die Rezension geholfen bzw. war hilfreich. Ist auf jeden Fall ein cooles Ladegerät. Der Preis ist in Ordnung. Wäre es etwas teurer als dieses rund 16 Euro, dann hätte ich auf jeden Fall noch ein Ladewürfel erwartet. Also ein Netzgerät, Netzteil, womit man dann quasi auch den USB direkt an die Steckdose ankommeln kann. Aber so für den Preis ist es völlig in Ordnung. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Über ein Abo, über ein Like, Kommentar usw. würde ich mich natürlich freuen. Siehst du mich auf Amazon, würde ich mich über eine positiv bewährte Rezension freuen. Und ich würde sagen, bis morgen, bis zum neuen Test hier auf VideoCheck. Macht's gut. Ciao, euer Paul.